Herzlich Willkommen bei Einfach Singen Lernen. Kommst du in deinem Alltag schnell an deine stimmlichen Grenzen? Kennst du das, wenn du nach Hause kommst und merkst, ich bin schon wieder heiser? Oder du redest von einer großen Menge von Menschen und merkst, dass sie langsam aber sicherer Saft ausgeht. Das muss nicht dein Normal sein. Es muss nicht normal sein, dass du deine Stimme immer fehlbelastest oder überbelastest. Das ist auch kein großer Hokus-Pokus oder eine riesengroße komplizierte Angelegenheit. Das hat viel mit einem neuen Körpergefühl zu tun und mit dem selber wahrnehmen und hören und spüren, wie du jetzt klingst und wie du dir jetzt gezielt helfen kannst. Und da komme ich ins Spiel. Meine große Stärke ist es dir, so einfach wie möglich zu erklären, wie du diese Übungen, Tipps und Tricks in deinem Alltag einsetzen kannst. Mein Name ist Andreas Häuser. Ich bin Vocal Coach und wenn du es willst, bald auch deiner. Schnapp dir den Link zu einer gratis Schnupperstunde, den findest du in der Videobeschreibung. Entweder online, via Skype oder hier vor Ort in meinem Studio in Wien. Abonnier meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf meiner Homepage. Ich freue mich, dich und deine Stimme kennenzulernen. Bis bald, dein André.